Hi, ich bin der Marvin, 21 Jahre alt und mache bei der Schäfers Backwagen GmbH, die zur Edeka Minden-Hannover gehört, eine Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik und heute möchte ich euch einen Tag mitnehmen. Ich wusste schon direkt nach dem Abitur, dass ich eine Ausbildung machen wollte. Für mich waren Mathe und Chemie schon immer meine Lieblingsfächer, daher wusste ich, dass das in diese Richtung gehen sollte. Meine Eltern sind auch schon seit vielen Jahren im Edeka verbunden drin und waren also direkt begeistert, dass ich auch dort reinkomme. So, ich bin jetzt hier umgezogen und ich habe ja einen sehr abwechslungsreichen Alltag. Ich durchlaufe ja viele verschiedene Abteilungen, zum Beispiel den Wareneingang, die Technik, die Produktion. Und heute würde ich beginnen mit der QS und da wollen wir jetzt erstmal hingehen. Meine Hauptaufgabe im Labor bezieht sich auf die Qualitätssicherung. Darum beginne ich morgens immer mit einem Rundgang, um die kritischen Kontrollpunkte zu überprüfen und zu schauen, ob alles richtig ist. Ein Beispiel für die Kontrollpunkte wären zum Beispiel die Kühlzellen, zu überprüfen, ob die Temperaturen richtig sind. Wenn ich die Kühlzellen überprüfe, schaue ich mir dort die Temperatur an. Die soll ja in einem Bereich von 0 bis 4 Grad sein, damit die Kühlkette eingehalten werden kann. Sollte diesmal nicht der Fall sein, informiere ich die Technik, dass sie die Kälteanlage überprüfen können. Ein anderer Kontrollpunkt wäre die Prüfung der Siebkörbe, damit halt keine Steine oder so in das Mehl reingelangen. Hier ist alles in Ordnung, jetzt kann ich zum nächsten Punkt weitergehen. So, dann beginnen wir mit der Produktbeurteilung. Das mache ich mit meiner Kollegin zusammen. Wir fangen dann an mit dem Beutelgewicht und legen dann, je nachdem wie es halt für das Produkt ist, die Blechbelegung. In dem Fall wären das halt zwölf Stück bei den Quarktaschen. Wir machen das, damit wir den Kunden die bestmögliche Qualität liefern können. Daher überprüfen wir das in regelmäßigen Abständen. Wir nehmen quasi eine Probe zu jedem Produktstart, zu jedem Produktende und in regelmäßigen Zeitabständen. Das dokumentieren wir natürlich auch alles. Wir machen auch ein Einzelgewicht, dass wir uns quasi merken und das wiederholen wir dann nach dem Backen nochmal, um halt den Backverlust zu sehen. Nachdem wir dann das Blech fertig haben, schieben wir es dann zum Ofen und backen es. So, wir haben dann quasi jetzt fertig gebacken, haben das Blech rausgeholt und machen dann quasi ein Nachherbild. Wir vergleichen dann wieder das, was wir vorhin schon genommen haben, um dann halt den Backverlust zu sehen. Jetzt, wenn wir das fertig gebacken haben, schneiden wir auch eine auf, um es quasi von innen zu begutachten. Anschließend bewerten wir das noch. Bei diesem Fall wären das jetzt Formunterschiede, Stanzung unterschiedlich ausgeprägt, Stanzung leicht versetzt. Wenn mir bei der Produktbeurteilung etwas Negatives auffällt, sagen wir zum Beispiel, sie sind zu klein oder zu leicht, dann würde ich gucken, wann wir die letzte gute Probe hatten und bis dahin würden wir dann erstmal alles sperren. Nachdem wir dann geguckt haben, wie viel wir gesperrt haben, grenzen wir das dann halt weiter ein und leiten halt Gegenmaßnahmen an. Zum Beispiel, wir sortieren sie aus oder wir arbeiten sie auf. So, als nächstes machen wir dann eine ATP-Messung. Die Waage hatten wir eben bei der Produktbeurteilung in der Benutzung. Und wir gucken jetzt quasi, in welchem Reinigungszustand sie ist. Dabei nehme ich hier diesen Tupfer, die einmal großflächig über die Oberfläche drüber, tauche das in diese Lösung, da sind Enzyme drin, stelle das hier in das Gerät rein und das gibt mir dann quasi einen Wert aus. Und wenn dieser gut oder schlecht ist, weiß ich, ob der Zustand dieser Waage sauber ist oder nicht. In dem Fall wäre es jetzt so gut. Wir produzieren ja auch bei uns regelmäßig Laugenprodukte und bei Laugenprodukten müssen wir halt besonders die Laugenkonzentration nachprüfen. Und das machen wir halt wie hier in dem Fall mit der Zitration, um halt die Sicherheit zu gewährleisten. Quasi kann man sich das vorstellen, dass ja die Laugen neutralisiert wird. Also es wird immer nur schrittweise Salzsäure hinzugegeben. Und je nachdem, wie viel du an Salzsäure verbrauchst, kannst du halt nachrechnen, wie hoch die Laugenkonzentration ist. Meine Berufsschule ist in Borg. Und wir haben halt verschiedene Lernfelder, zum Beispiel die Inhaltsstoffe der Lebensmittel oder wie man Lebensmittel richtig lagert. Alles so ein theoretisches Wissen, was man für die Ausbildung braucht. In der Produktion haben wir regelmäßige Umstellung. Quasi rüsten wir die Maschinen um, wenn wir ein Produkt- oder Sortenwechsel haben. So ein Beispiel wären da von normalen, normalen Croissants, kennt jeder. Und dann halt so Nuss-Nougat oder zu Schinkenkäse. Weil da müssen wir halt bestimmte Anlagenteile austauschen, damit halt genau diese hergestellt werden können. Als Azubi bei Schäfers wird man gut in die Projekte mit eingebracht. Wenn ich zum Beispiel eine Anlage einstelle und ich da eine gute Idee habe, wird diese gehört, wird drüber gesprochen. Und wenn die wirklich gut ist, wird diese auch umgesetzt. So, das war's dann auch schon mit meinem heutigen Tag. Und ich habe ja recht früh Schluss. Ich bin ja mal 14.30 Uhr zu Hause und dadurch habe ich halt immer noch sehr viel Freizeit. Ich stemple mich jetzt aus, zahle mich umziehen und dann geht's ab nach Hause. In meiner Freizeit verbringe ich halt hauptsächlich Zeit mit meinen Freunden. Ich bin meistens immer unterwegs. Aber ich angle auch gerne mal oder spiele eine Runde durch Tennis mit meinen Freunden. Nach meiner Ausbildung bei Schäfers habe ich fort, dort zu bleiben und ein berufsbegleitendes Studium in der Lebensmitteltechnologie zu machen. Weil mir der Job dort sehr gut gefällt und ich mich einfach weiterbilden möchte. Toll! 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 Bis zum nächsten Mal.